In Isar Schrein. Kombination. Synthese. Da bist du also. Wohl an, strecke deinen rechten Arm aus. Synthese. Damit kannst du ein Objekt an ausgerüsteten Waffen oder Schilden befestigen, um neue Ausrüstung zu erschaffen. Es kann wieder entfernt werden, geht dabei aber verloren. Der Name dieser Fähigkeit lautet Synthese. Sie ist eine der Kräfte meines rechten Arms. Sie erlaubt dir Waffen und Schilde neue Fähigkeiten zu verleihen, indem du sie mit etwas in der Nähe kombinierst. Nimm dir doch einmal das Schwert dort und befestige ein Objekt daran, um es zu stärken. Wenn du mit Hilfe dieser Kraft das Innerste dieses Schreins erreichst, dann wird sie fort an dir gehören. Okay, liebe Freunde, dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier machen können. Wir nehmen uns mal den rostigen Zweihänder, starten dann die Synthese und verbinden unseren Zweihänder mit diesem Stein. Cool. Jetzt können wir wahrscheinlich... Wow. Das ist wirklich heftig. Das ist ja mal sehr geil. Feuerfrucht. Oha. Das stelle ich mir jetzt aber auch sehr lustig vor. So, wir können jetzt... Moment, damit können wir doch mal... Oh, krass. Da können wir sogar einen Feuerfall draus machen. Super gut. Das gefällt mir aber richtig gut. Dann gehen wir uns doch mal die Truhe holen. Ein kleiner Schlüssel. Okay. Das gefällt mir gut. Das heißt, wir sollten das auch machen. Hier ist ganz klar... ...wollen wir die Säule zerschlagen. Ein paar Pfeile. Fällt mir gut. Da hinten ist wieder der Ausgang. Und wir gehen weiter. Hier brauchen wir den kleinen Schlüssel. Wow. Das sieht einfach mal so unglaublich gut aus, liebe Freunde. Hm. Dachte ich es mir doch. Oh, wow. Der hat quasi dasselbe drauf. Dem kann man natürlich richtig schön eine mit unserem Steinschwert reinhauen. Autsch. So, damit sind wir auf jeden Fall schon mal... Na komm. Oh yeah. Ein Konstruktbogen. Oh, der macht ordentlich Schaden. Alpha-Elite-Konstruktoren. Wunderbar. So, das Ding hat er uns ja schon... Oh, cool. Da kriegen wir sogar noch eine Waffe von ihm. Nehmen wir die Waffe jetzt erstmal. Kann ja nicht schaden. Sei gelobt dafür, es bis hierhin geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Ort ruht. Das Ding hat er uns ja schon wieder. Segenslicht. Ein Kristall des hehren Lichts, welches das uralte Böse versiegelte und reinigte, strahlt ein angenehm natürliches Licht aus. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Meister Link. Ich bin hergekommen, weil ich vergessen habe, dir etwas zu überreichen. Hier, bitte sehr. Batterie von einem Konstrukt erhaltener Gegenstand. Das Design soll es möglich machen, dass du die Batterie am Gürtel befestigen kannst. Es handelt sich dabei um eine Batterie. Du wirst sie benötigen, um die in dieser Region üblichen Werkzeuge zu verwenden, die Sonau-Bauteile. Genau hier gibt es aber leider keine Sonau-Bauteile. Geh weiter und sprich mit einem der Konstrukte am anderen Ende der Höhle dort. Von ihnen kannst du mehr über den Umgang mit Sonau-Bauteilen erfahren. Bitte nutze die Batterie, die du von mir erhalten hast. Wie особgestellt das so ist, das kennt ojos nicht so gut gemacht. Wie